Der Pseudo-Physik-Lehrer konnte uns leider nicht wirklich weiterhelfen, deswegen hat er uns in das Einkaufsviertel geschickt, weil dort sein Sohn lest selber Ziel auf zum Modellbauladen, da müssen wir hin. Deswegen bin ich an der Schule, weil es Sinn ergibt. Ich bin lustig. Naja, ich bin hier, weil, ja, deswegen wahrscheinlich, hier sollte der Baseball-Clubhaus-Laden-Dingsbums sein. Ne, haben wir ja letztens auch einen Schlüssel gesehen, deswegen bin ich hier. Und ein Trikot, Edeltrikot. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wofür man Trikots hat, weil nirgends kann man die anziehen. Ja, man kann sie anziehen und auswählen, aber man sieht sie nirgends. Naja, vielleicht ist das ja nur so bei Offline-Spiele gegen Freude oder sowas. Keine Ahnung. Oh, ein neues Gesicht. Willst du in den Tennis-Club eintreten? Habe ich Baseball gesagt? Natürlich, ich nicht. Ah ja, wir haben aber im Moment gar keine Plätze. Nee, nee, nee. Ich klau nur Sachen von euch. Hey, raus hier! Was fällt dir ein? Siehst du nicht, dass ich mich hier umziehen will tun? Okay, dann tschüss. Hey, tretet mir bloß nicht auf die Netze. Ja, 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 kein Stress. Immer alle mit so einem Stress. Das, das, das verstehe ich nicht. Wir dürfen doch hier mal reinkommen und die Sachen von euch klauen. Ach, also manche Leute verstehe ich wirklich nicht. Naja, ich könnte jetzt eigentlich auch euch zeigen. Ich habe auch wieder ein paar neue Spieler angeworben. Und da seht ihr Wolfi. Der muss einfach sein. Erinnert mich einfach so an Ammen und Schucki, die Wolfskinder. Deswegen muss es, das ist ein Muss. Und naja, den habe ich auch. Ne, da kann ich mal so vorlesen. Na, Wolfi haben wir schon mal gesehen. Aber diesen Evolent Hobby Ehrenamtler spendet die Hälfte seines Taschengelds. Oh, oh, das ist so ein oh, oh. Und Fein haben wir auch noch. Ja, Job genau wie seine Brüder, um zum Familieneinkommen beizutragen. Oh, oh. Eigentlich habe ich die nur ausgewählt, weil mir das Design gefällt. Aber nette Burschen sind es anscheinend auch. Was mir noch mehr gefällt, ne. Naja, aber jetzt gehe ich wieder zurück zum Einkaufswirtel. Söderleihe, da sind wir wieder. Ja, 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 ja. Und das ist mir auch wieder aufgefallen. Ne, aufgefallen. Wollte ich euch noch einmal mitteilen. Ach, ich liebe es, wenn die Texte von diesen random Personen einfach gewechselt werden immer nach der Zeit. Ach, ich liebe es. Nein! Ach, wer stört mich hier? Ich ist... Weißt du, was ich jetzt mache? Flüchten, weil... Ich hab keine Lust, das auszusteigen. Oder Zeit mit euch zu verschwenden. Jaja, mir egal. 51? Naja, Robot World. Naja, mal schauen. Was ist denn hier los? Oder? Oder? Da muss er ja irgendwo sein. Naja, unser Chef ist wirklich großartig. Mit Bub... Bubel. Mit Bubi. Modellbausätzen und Maschinen kennt er sich unglaublich gut aus. Ja, wirft nur einen Blick auf ein Gerät und weiß sofort, wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert. Das klingt doch optimal. Klingt doch optimal für uns, ne? Nee, nee. Das ist aus der Serie 1. Das hier ist aus der Serie 2. Die sind völlig verschieden. Jajaja, die Eltern, die kennen sich hier überhaupt nicht aus mit Spielzeugen. Das sag ich euch. Du hast dieses Modell doch schon, oder? Da musst du es doch nicht noch einmal kaufen. Du verstehst es nicht. Du verstehst nicht. Also wirklich, manche Leute, das geht nicht. Ich hab gehört, der Chef von diesem Laden ist der Sohn eines Biolehrers an unserer Schule. Wie weißt du, dass ich... Naja, wir haben auch wieder so... So, Schulkleidung, wenn man das so sagen kann. Da, ja, ich wollte eben fragen. Wie weißt du, dass ich in deine Schule gehe, Alter? Naja, mein Bruder wollte diese limitierte Bauladen-Dingsbums. Ich habe das letzte Exemplar erwischt. Was, wenn ich dir jetzt meine Faust in das Gesicht rambe und dir das klaue? Dann hast du Pech gehabt. Ah, ha, 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 ha. Hallo. Saggy. Äh, bist du der Sohn? Ich wollte aber noch mit dem Laden, den Verkäufer reden. Ich hab sie schon überall gesucht. Aber du... Hast du nicht zufällig irgendwo gesehen, oder sie, ne? Ach so. Dann bist du nicht der. Warum hat der denn so ein Sprite und so... Der limitierte Modellbausatz ist ausverkauft. Dabei wollte ich den doch unbedingt haben. Ja, ja, ja. Aber die Frau hat ihn erwischt. Ach, was für ein Pech. So, bist du der Sohn? Du schaust so normal aus. Naja, mal schauen. Du müsstest der sein, oder? Hallo, Chef. Hey, ihr seid Schüler von meinem alten Herrn. Und ihr spielt Fußball? Seit wann interessiert sich denn mein alter Herr für so etwas? Nein, nein. Wir haben ihm nur das Ding hier gezeigt, als wir ihn im Physik-Saal getroffen haben. Und... Und was ist das jetzt? Das ist doch bestimmt diese seltsame Apparatur, von der Papa eben am Telefon gesprochen hat. Na gut, sehen wir mal. Wie soll ich dieses Ding denn normalerweise verwendet? Wie werden tun? Also, das soll der Nutzer wohl auf dem Kopf tragen. Auf dem Kopf? Etwa so? Boah, ich bin jetzt ein Zombie geworden. Genau, genau so. Na, pass auf, Marc. Wenn er das Ding jetzt aufsetzt. Oh nein, zu spät! Das ist... Das ist... Mir geht's gut. Ey, rempel den nicht so an! Was ist mit dir los? Bayblade! Alles in Ordnung? Das hat gut gezwirbelt. Was ist das für ein Teil? Was ist hier los? Ich hab's aufgesetzt, dann hab ich eine Stimme im Kopf gehört und mein Körper hat sich einfach bewegt. Eine Stimme? Der Kerl im Rowdy Revier... Warum sag ich das dauernd? Rowdy Revier! Hat auch von einer Stimme gesprochen, die ihn kontrollierte. Die scheint ja echt eine ziemlich große Macht zu haben. Ich fürchte, das Brainwashing Team verfügt über solche Apparaturen für jeden einzelnen Spieler. Hm... Dieses Ding ist echt Präzisionsapparatur-Dings. Gegen ein Team, das so eine Technik verwendet, werdet ihr kein leichtes Spiel haben, ne? Warum dürfen die sowas überhaupt haben? Ich sag's ja nur, das ist es normalerweise nicht legal. Ja, legal, das ist ziemlich lame. Das ist so wie Drogen, ne? So Doping, das ist ja auch ganz normal. Ich sag's ja nur. Stimmt, diese Rowdy ließ sich auch. Erst durch einen gezielten Blitztrampolin stoppen. Ein Blitztrampolin? Was soll denn das jetzt sein? Das Blitztrampolin ist eine spezielle Schusstechnik, die ihr einschlägt wie ein Blitzschlag. Aha, verstehe. Ja, egal. Weil die Apparatur so präzise ist, ist sie natürlich auch empfindlich gegen kräftige Stöße. Aber in einem Fußballspiel stehen auf jeder Seite elf Spieler, oder? Könnt ihr es wirklich schaffen, alle gegnerischen Spieler mit diesem Blitztrampolin zu betäuben? So etwas ähnliches hat Nelly doch auch schon gesagt. Aber eine stärkere Technik als das Blitztrampolin haben wir im Moment nicht auf Lager. Das heißt also, bis zum Spiel gegen Brainwashing müssen wir uns etwas einfallen lassen, oder? Hm, verstehe. Na gut, dann sollten wir schnell zurück zur Schule und trainieren. Vielen Dank, Herr Ingenieur. Habt euch doch gerne geholfen. Und kommt mal wieder, wenn ihr mal ein Robo irgendwas kaufen wollt. Tschüss. Oh, Nanu? Sagen Sie, diese Kleidung. Arbeiten Sie für Nelly? Der junge Herr erwünscht nämlich an Dina. Der heißt Dina. Okay. Ja, ich bin Mark Evans und so. Ich habe eine Nachricht von dem jungen Fräulein Nelly. Also, Evans, Mark Evans, komm sofort zu der Statue meines Großvaters. Zur Statue neben dem Fußballplatz. Da muss ich auch sagen, dass da auch so welche NPCs über die Statue geredet haben. Irgendwas, dass davon irgendwie so Geräusche kamen. Und sowas. Das haben mehrere Leute gesagt. Ich sag's ja nur, ne? Und merkt ihr eins. Wenn du mich hier zu lange warten lässt, wird das ein Nachspiel haben. Klar? Äh, ja. Das war die Nachricht, die ich Ihnen übermitteln sollte. Warum dieses, äh, ja? Oder hat er jetzt plötzlich ganz anders gesprochen? Und, na das könnte ich mir... Naja, egal. Was? Zur Statue neben dem Fußballplatz? Was soll denn da jetzt schon wieder sein? So lauten die Worte des jungen Fräulein Nelly. Nun, und damit verabschiede ich mich. Tschüss! Ja, die Statue ist doch genau rechts. Ja, ich weiß schon. Na gut, ist auch egal. Schauen wir einfach mal vorbei, bevor wir mit dem Training anfangen. Ja, das tun wir jetzt. Wie gesagt, eine Sperre hat sich gelöst. Yay! Yay! Vielleicht mache ich das ja als Bonus. Oder keine Ahnung, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Mal schauen, was das überhaupt ist. Ob das überhaupt wert ist, zu zeigen. Weil so Spieler anwirben, oder... Naja, mal schauen. Weil so rein Spieler anwirben, das empfinde ich eigentlich nicht so als passend für ein Let's Play. Nur dann, naja, mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, habe ich gesagt. So, was ist denn hier los jetzt? Nelly, was ist denn los? War ich schnell genug für dich? Du bist spät dran, Mark Evans. Was denkst du dir eigentlich dabei, mich derart lang warten zu lassen? Was ist jetzt mit dir? Ich meine, uns einfach so hierher zu kommentieren. Und dabei sollten wir schon längst beim Training sein. Beim Training, sagst du? Na, dann seid ihr ja hier gerade richtig. Ihr bekommt ihr... Hier bekommt ihr mehr Training, als ihr braucht. Wat? Warum denn? Aber sie rückt selbst. Ist da wirklich so ein Geheimbau oder sowas? Weil Geräusche... Kann ich mir jetzt so... Das rückt so nach hinten und dann so Geheimbau... Geheimbau... Und dann ist irgendwas da drinnen. Voll bediktet und so. Ne? Das ist der Vorteil, wenn man wirklich alles liest und mit jedem NPC redet und sowas. Mehrmals. Da kann man sich sowas schon vorstellen. Zwar ist jetzt kein Überraschungs-Effekt wie... Oh, was ist denn das? Aber das finde ich auch schön. Na, ich sag's ja nur, dass man darauf auch kommen kann, wenn man eben mit den NPCs redet. Was natürlich keine Pflicht ist. Naja, was ist denn das? Vor 40 Jahren gab es an dieser Schule schon einmal einen Fußballklub. Einen legendären Klub. Davon haben wir auch schon gehört. Die Spieler dieses Klubs verfügten über außergewöhnliche Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten trainierten sie hier in ihrem Trainingszentrum. Oh, aber so veraltet? Naja, vielleicht. Naja. Ja, anscheinend läuft da unten noch irgendwas, weil ich hab's euch ja gesagt, von dieser Statue kamen ja immer wieder irgendwelche Geräusche, ne? Einen legendären Klub? Redest du von dem Klub, das als Inazume Level bekannt war? Na nun? Das wusstet ihr schon? Na, jetzt bin ich erstaunt. Ich dachte, ihr hättet nichts geahnt. Nun, jedenfalls ist hier der geheime Ort. an dem die Inazuma Eleven ihre Kräfte trainiert haben. Das Inazuma Trainingszentrum. Das Inazuma Trainingszentrum? Ich hab mich auch ein wenig über diese Inazuma Eleven Mannschaft schlau gemacht. Nun ja, in den alten Unterlagen der Schule stand auch einiges über diese Einrichtung hier. Ich hab also meinen Vater gebeten, sie zu restaurieren. Dabei wurde natürlich auch einiges modernisiert. Ja, das hab ich mir schon vorgestellt. Unglaublich! Das ist wirklich der Ort, an dem die Inazuma Eleven trainiert hat. Vor ein paar Tagen wusstest du gar nicht, was Inazuma Eleven ist. Jetzt brauchst du nicht so... Ah, ich bin der größte Fan! Endlich kann ich da runter! Genau! Geht ruhig ein wenig näher, um alles anzusehen. Okay. Ja! Stoßt sie uns hier rein und sperrt uns ein, oder was? Ne, sag mir nicht, sie sperrt uns ja auch noch etwas mehr. Und Luft bekommt ihr wahrscheinlich nicht mehr, weil ich jetzt das wieder zuspere. Äh, Moment. Solange ihr diese Prüfung nicht besteht, seid ihr auch nicht reif für die Brainwashing Junior-Heil. Nelly! Wer hat das gesagt? Äh, wer bist du? Bist du der Vater? Vater! Das ist also der junge Evans. Nun, ich bin gespannt zu sehen, was er und seine Freunde leisten können. Ja, Vater. Wir sperren sie jetzt da unten einfach ein. Haha, sie sind unsere Sklaven. Ja, überhaupt nicht gefährlich, ich sag's ja nur. Die Armen. Tschüss, hoffentlich habt ihr überlebt, weil das wäre jetzt irgendwie ein Dufe, Sende. Oh, die Musik. Hallo. Irgendwie, die schauen alle gleich aus. Sind das Roboter? Oder sind das irgendwie so welche Zwillinge, Drillinge, die hier einfach eingespurt wurden, ne? Ja, so im Krankenhaus hat irgendeine Frau Drillinge bekommen. Und die Frau wurde beseitigt und die drei Kleinen wurden auferzogen hier unten. Und sie kennen nichts anderes. Das wahrscheinlich läuft so ab, ne? Wow, das Inazuma-Eleven-Nix. Das Inazuma-Trainingszentrum. Was für Spezial-Trainings mögen... Trainings. Was für Spezial-Trainings mögen uns hier wohl erwarten. Sag mal, Marc. Willst du dich etwa ohne jeden Plan direkt in die Spezial-Trainings stürzen? Sag mal das so. Die Spezial-Trainings. Nach dem, was diese Prinzessin gesagt hat, glaube ich kaum, dass uns hier normale Trainings erwarten. Ich kann bei Trainings irgendwie nicht so ernst sagen. Wäre es nicht besser, wenn wir da ein wenig vorsichtig zur Sache gehen? Stimmt. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber die Gegner, die jetzt auf uns warten, sind auch ziemlich extrem. Also müssen wir viel stärker werden. Denk an die technische Überlegenheit der Brainwashing Junior High. Und denk auch an die Royal Academy. Deshalb müssen wir diese Prüfung bestehen. Auf jeden Fall. Egal, was auf uns wartet. So kann man es auch sagen, wenn man Leute einfach einspürt. Ihr müsst irgendwas bestehen. Und das ist voll egal, was wir hier machen. Wenn wir das hier schaffen, wird uns auch ein neuer Weg öffnen, und die nächsten Gegner zu besiegen. Ausrufezeichen. Na gut, nützt wahrscheinlich echt nichts, wenn wir hier den Rückzug antreten. Packen wir es. Trainierer wie die Innazuma Eleven. Eine Sperre hat sich gelöst, was mir egal ist. Ne, ihr Drillinge. Wie kommen wir hier Empfang? Oder bist du auch hier? Kann ja sein, weil sie beobachtet uns. Äh, hier. Hier ist der Block. Ne, was schreibst du denn jetzt? Oder wenn du draußen bist, dann schreib doch, dass die uns hier eingesperrt hat. Und nicht, oh, da haben die Innazuma Eleven trainiert. Da seht ihr die ganzen Spieler, die ich angewommen habe. Das Innazuma Eleven Seeningszentrum. Das Innazuma Trainingszentrum. Hier haben damals schon die Innazuma Eleven trainiert. Wenn ihr hier an euch arbeitet, werdet ihr sicher alle noch stärker. Aber ich habe immer noch Muskelkater. Wir haben noch nicht angefangen. Aber sie schreibt wirklich nichts mit. Oh, sie haben uns da eingesperrt und sowas. Natürlich. Natürlich ist auch egal, ne? Willkommen im Innazuma Trainingszentrum. Schließt unsere Trainingsprogramme erfolgreich ab, um auserwählte Statuswerte zu erhöhen. Anders als bei den Spezialtrainings werden hier übrigens die Statuswerte des gesamten Team erhöht. Ein Spaziergang ist unser Training allerdings nicht. Nutzt dieses Trainingszentrum gut, um euer Team weiter zu verbessern. Okay. Okay. Ach so, hier geht's weiter. Mann, schade. Ich wollte mich hier noch ein bisschen umsehen. Willkommen im Innazuma Trainingszentrum. Ihr könnt inzwischen nicht... Bla. Falsch vorgelesen. Was? Ich muss das hier vorlesen, also gebt eine Ruhe. Ihr könnt zwischen folgenden Trainings... Trainings... Das klingt so deppert. Oh, offensiv, spezielle Trainingsprogramme, verbesserte Fähigkeiten des gesamten Team. Toll. Oh. Das ist auch interessant. Spezial erhöht die Kapi... Kraft, Kampfgeist und Ausdauer. Was kann Kampfgeist überhaupt? Technik, Körperhinsatz, Ballkontrolle. Das ist sicher nicht schlecht, aber... Schnelligkeit, Defensive... Ich würde sagen Offensive. Einfach offensiv sein, ne? Ne? Mal schauen. Also die Offensiv... Eure Wahl, ja... Da, nun gut. Dann treten wir ein. Sie werden mir geschlachtet. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wahrscheinlich so Methoden wie Fifth Sector. Das muss ich auch mal sagen. Was ist denn hier... Oh. Das schaut aus wie so ein Dungeon. Mystery Dungeon. Was ist denn hier jetzt los? Aber wir können hier speichern. Mal schauen. Was ich sagen wollte jetzt. Ich habe mir auch den ersten Manga... Den ersten Inosume Eleven Go Manga... Aus Japan importieren lassen. Da schaut alle dieses Training von Fifth Sector noch brutaler aus. Naja, aber hier... Müssen wir wahrscheinlich irgendwas machen, oder? Wenn ihr verliert, endet euer Training. Sind das jetzt nur so 4 gegen 4 oder 11 gegen 11? Kämpfer. Uns kriegt man nicht so leicht unter. Ja, interessant. Das muss man schon sagen. Alle haben... Irgendwie... Was ist mit denen los? Erst die Drillinge, die einfach so empführt... Empführt... Entführt wurden. Und... Dann... Was ich mich jetzt frage... Na... Was... Gibt es da für Unterschiede jetzt? Wenn ich jetzt defensiv eingesetzt hätte und sowas. Vielleicht irgendwie so verteidigen und verhindern, dass wir ein Tor kriegen. Weil das ist mir beim Offscreen-Training auch aufgefallen. Dass es sowas gibt. Nicht schießt als Erster ein Tor, sondern verhindert irgendwie, dass der Gegner ein Tor schießt. Naja, also gut. Ihr seid wirklich stark. Dann dürfte passieren. Irgendwo hat sich eine Tor geöffnet. Das... Schaut wirklich interessant aus. Das muss ich schon sagen. Das erinnert mich... Besonders da die Karte. Voll an Mystery Dungeon. Pokémon. Mystery Dungeon. Ah... Irgendwann möchte ich auch ein... Ah... Mystery Dungeon Let's Play machen. Ah... Ich freue mich schon drauf. Wenn ihr verliert, dann seid euer Training hier und sowas. Wir verlieren doch nicht! Obwohl, wir... Können uns nicht auffrischen. Naja, was ich eigentlich sagen wollte hier. Tja... Tja... Ich glaube, dass... Nee... Ein Match würde ich noch sagen und dann höre ich auf. Oder es ist nach dem nächsten Match zu Ende. Aber sechs Siegespunkte? Das ist nicht sehr viel. Normalerweise kriegt man jetzt schon so 32 oder sowas. Ja, 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 ich weiß schon. Und einfach so wegteleportiert. Was für ein Ort ist das hier? Hm... Mal schauen. Jetzt besiegen wir noch diesen Gegner. Achso. Das sind wahrscheinlich nur vier Räume. Aber das sehen wir dann im nächsten Part. Naja, mal schauen. Vielleicht schaffe ich das ja... Nee. Nee, dann kommt sicher wieder so eine Katze hin. Und das dauert dann lange. Und nee. Nee, nee, nee. Dann wird es wieder Überstunden geben, so gesehen. Ja, 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 das wäre nicht gut. Naja. Mir ist es eigentlich egal, wie lange die Parts werden. Ich könnte auch jedes Mal fünf Stunden gehen. Das ist übertrieben. Aber so 40 Minuten habe ich kein Problem damit, jedes Mal zu bringen. Oder vielleicht eine Stunde. Naja. Naja, an manchen Tagen. Zum Beispiel Leute habe ich eben sehr spät aufgenommen. Jetzt ist es schon 10 Uhr in der Nacht. Das mache ich normalerweise überhaupt nicht. Aber ich habe heute andere Sachen gemacht. Naja, aber wie es dann zu Ende geht. Wahrscheinlich in der letzten Prüfung, so gesehen, da oben. Das... Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Keine Ahnung. Also Leute, ciao, ciao. Und wir sind im Rampenlicht. Ist das nicht schön? Nichts damit, Tschüss. Ich habe gerade gesehen, wir können ja nicht abspeichern. Und natürlich, ich lasse sicher nicht zwei Tage mein 3DS an. Nur deswegen. Also schauen wir, was hier jetzt noch los ist. Egal, wie lange es wird. Weil, wie gesagt... Oh, dann was? Wie lange sollten das noch dauern? Wie lange noch? Mal schauen. Dann muss ich jetzt schnell, schnell alles machen. Wie gesagt, ich könnte jetzt irgendwie so zwei Parts aufnehmen und dann so splitten. Aber das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Deswegen lassen wir das jetzt so, wie es ist. Okay, ich kann mir aufnehmen. Hoffentlich dauert das alles nicht so lang. Mal schauen. Du bist vom Level noch ein bisschen weiter hinten. Deswegen wirst du es nicht fangen. Okay. Vielleicht geht das ja wirklich schnell. Und durchwaschen möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jeden Gegner schaffen. Ich sage es ja nur. Also, hop, hop, hop. Hop. Obwohl, ich könnte das alles rausschneiden. Nein, nein, nein. Das ist unsere... Also gut. Das ist unsere... Also gut. Mal schauen, was ist denn da oben jetzt? Das ist unsere Prüfung. Da wird nichts rausgeschnibbelt. Was ist da oben? Achso. Wahrscheinlich geht es dann rechts weiter vielleicht. Oh, irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Da nicht. Achso. Dann ist das so, so, so. Labyrinth-like. Da mussten wir herkommen, weil wahrscheinlich geht es da rechts weiter und da war eine Tür verschlossen. Und die haben wir jetzt aufgemacht. Einfach so. Oh, ja, was anderes kann ich mir jetzt gerade nichts vorstellen. Uh. Sag mir nicht, das wird jetzt ein 11 gegen 11. Das ist Endspiel. Mal schauen. Weil 11 gegen 11, das wird doch... Nee. Naja. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Okay. Okay. Oh mein Gott. Dann wird es halt etwas länger wieder. Naja, da könnt ihr jetzt mal auch schreiben. Interessante Musik, ne? Naja. Ihr könnt halt jetzt auch mal schreiben. Wollt ihr jetzt dafür länger Zeit haben? Okay. Das ist so. Auch interessant. So eine Zusammenfassung, was wir jetzt erlebt haben. So gesehen. Von den Spielern und so. Naja. Wollt ihr jetzt für diesen Part dann vier Tage Zeit haben? Weil das ist ja unter der Woche wieder dieser Part. Oder ist das egal und ihr schafft das auch in zwei Tagen. Ne? Ne, ich frage euch das. Aber wie? Bitte. Wart, wart, wart. Let's step it. Okay. Dann. Okay. Irgendwie doof. Dass man da jetzt nicht abspeichern konnte. Warum kann man nicht abspeichern? Ist ja nicht so, dass wir jetzt rausgehen und irgendwas machen? Ne, rausgehen. Was soll ich nicht sagen? Ne, rausgehen und irgendwie uns so auffrischen gehen. So ist es ja nicht. Ich sage es ja nur. Naja, egal. Okay, interessant. Mal schauen. Du hast keine Chance gegen Max. Naja. Aber was mich jetzt irgendwie irritiert ist. Ich habe eigentlich schon Schluss gemacht. Und jetzt muss ich irgendwie noch ein Match machen. Ich habe schon abgeschaltet in meinem Köpfchen. Und das passt mir heute überhaupt nicht. Ich habe es ja schon gesagt. Ich habe heute viel später angefangen. Normalerweise habe ich das schon in diesem Let's Play gesagt, wie ich das mit dem Aufnehmen mache und so. Ne, Konfession. Das passt überhaupt nicht zu mir, du Gorilla. Obwohl du Kämpfer bist. Foul. Eindeutig faul. Er hat mich voll betatscht. Das hat man ja gesehen. Naja. Äh, ja. Wie ich ja schon gesagt habe, ich mag es jetzt eigentlich vermeiden. Hallo? Warum seid ihr immer abseits? Seid ihr doof oder was? Ja, ich möchte es eigentlich vermeiden, mehrere Parts aufzunehmen. Ich sage es ja nur. Und was wollte ich damit sagen? Naja. Was wollte ich damit sagen? Mein Göttchen. Nimm ihn den Ball ab. Komm schon. Geister zu einsetzen wir jetzt auch mal ein. Alter, das ist jetzt doof. Okay, okay. Das wird jetzt noch interessant, würde ich sagen. Da muss ich ihn ein bisschen konzentrieren, ne? Hallo? Na, du Blödi. Warum stehst du da hinten so und... Nur wegen ihm. Also Jack, komm schon. Warum denn? Woher kommt diese Liane? Äh. Hat er gerade nicht Mark ausgetrickst? Warum kann ich jetzt trotzdem noch abwählen? Naja, egal. Komm schon, Mark. Du hältst das doch. Okay, okay. Das wird dann doch noch spannender als gedacht. Was war das? Ah. Jack, das ist deine Schuld. Ich sag's ja nur. Warum gehst du dann auch nur hinten? Ne. In zehn Jahren habe ich irgendwas gemacht. Was hat er gesagt? In zehn Jahren? Naja. Ich lade halt ein paar Toren. Naja, hochladen nicht. Jetzt muss ich ganz genau sein, was ich sagen möchte. Ich stelle ein Video öffentlich. Wenn ich aufstehe. Naja, nicht wenn ich aufstehe. Dann mache ich natürlich noch andere Sachen. Nicht du, der Doppelgacker. Ähm. Ja, aber unmittelbar danach. Wann ich meine Geschäfte erledigt habe. So gesehen, auf dem Aufstehen. Und. Ja, später dann. Sagen wir am Nachmittag. Normalerweise so um vier Uhr, sagen wir jetzt mal. Nehme ich dann den nächsten Part von diesem Projekt auf. Was ich eben am Vortag eben nicht, was ich vorher aufgenommen, äh, was ich vorher öffentlich gestellt habe. So ist normalerweise jetzt mein Plan. Und das geht sich jetzt noch alles gut aus. Also mit dem Zeitplan, auch mit der Uni. Weil ich habe jetzt noch nicht so viel. Und das, äh, warum kann, äh, 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 wobei ich, ja, ich habe jetzt eben mit der Uni jetzt nicht so viel zu tun. Und da kann ich das jetzt noch machen. Aber wenn ich dann wirklich Vollzeitstudium habe, so gesehen, dann schaut das natürlich dann wieder anders aus. Weil dann habe ich sicher nicht die Zeit für sowas. Aber das liegt noch in ferner Zukunft, naja, fern. Wahrscheinlich wird das dann ab Herbst zu sein. Aber jetzt läuft es so ab, dass ich dann am gleichen Tag, wo ich es öffentlich gestellt habe, den Part aufnehme, schon bearbeite und wenn es sich wirklich noch ausgeht, hochlade am gleichen Tag noch. So schaut es eben bei mir aus. Und, ja, das ist heute eben nicht so gut, weil, ich habe es euch ja schon gesagt, es ist 10 am Abend. Und ich habe morgen um, ich glaube um 2 Uhr, Nachmittag. Oder Mittag, wie man es auch sehen möchte. Und, ja, keine Ahnung, ob ich das heute noch bearbeiten kann. Also rennt dann auch noch. Da werde ich wohl morgen ein bisschen Stress kriegen. Naja, vielleicht kriege ich es auch nie. Wenn das ein längerer Park wird heute, dann geht sich das wahrscheinlich nicht mehr aus. Weil das dauert dann normalerweise so eine Stunde oder sowas. Eine Stunde bis eine Stunde, 15 Minuten, würde ich jetzt mal sagen. Und schießt einfach ins Tor. Das würde ich jetzt auch sagen, ne. Und das geht sich heute nicht aus. Weil, ich brauche meinen Schlaf. Ich brauche ihn. Da kann ich jetzt nicht Überstunden so gesehen machen. Nee, nee, nee. Dann, na, vielleicht schaffe ich es ja. Wahrscheinlich schaffe ich es. Dass ich, bevor ich in die Uni fahrt, den Part so gesehen dann bearbeitet habe. Also gerendert und alles. Und dann nach der Uni, dass ich das dann hochlade. Dann sollte es auch noch ziemlich chillig werden so gesehen. Weil dann am nächsten Tag, also übermorgen, muss dann der Part nach meinem Plan dann nach dem Aufstehen öffentlich dann sein. Der nächste Schuss geht irgendwas, ne. Und das ist natürlich dann nicht so toll, ne. Wenn ich erst dann übermorgen hochladen kann. Ne, das meine ich eben damit. Deswegen schauen wir mal. Aber ich werde alles heute noch bearbeiten. Also zurechtschneiden, dass ich morgen halt nur noch einmal da die Datei öffnen muss. Also von, was benutze ich? Movie Studio Platinum Dienstpums. Also das Bearbeitungsprogramm. Und, kannst du noch was einsetzen? Warum gibt es dann die Option? Naja. Naja. Äh, ja. Die Datei, also wie ich das alles bearbeitet habe. Dass ich da das nur öffnen brauche morgen. Und gleich auf Rändern drücke. Das, das sollte doch möglich sein noch heute. Naja. Also kommt schon, Leute. Die, das dauert alles so lang. Ach, Männchen, ach, Männchen. Komm schon. Nimm den Ball ab. Obwohl, du hättest ne Spezialtechnik drauf gehabt. So, jetzt sind ich, sind ich, sind ich Zeit, wollte ich sagen. Aber nein, der Schiri meint, genau das hat er gemeint. Nix anderes, ne. Nix anderes. Nix anderes. Obwohl, ich wollte heute auch noch ein Anime sehen. Mal schauen, ob das überhaupt heute noch geht. Defensiv Streich. Ja, voll reingeduscht und sowas. So, jetzt renne ich einfach nach außen. Obwohl, der ist ziemlich schnell da hinten. Schwattel, mein Kind, schwattel. Und dann passt... Aber wie, 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 wie? Ich gehe jetzt den ganzen Zweikämpfer aus dem Weg, weil das dauert. Ne? Oh, Steve, Steve, Steve. Steve, du bist doch epischer, als ich mir das gedacht habe, ne? Weil in Go war er ja eher so... Hallo, ich bin jetzt der Trainer von den Kids. Und so. Irgendwie kam das so rüber, dass er... Haha, ich bin gut und sowas. Ich bin irgendwie an. Naja. Oder habe ich dir irgendwas falsch in Erinnerung? Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Oder? Ich kann mich jetzt auch total irren. Der Irre. Also, keine Ahnung. Das war schon so lange her, als ich Steve gesehen habe. Also in seiner Erwachsenenform. Wie sich das anhört. In seiner Erwachsenenform, ne? Es hat nicht gereicht, einfach zu sagen, also Erwachsene oder sowas, ne? Das reicht einfach nicht. Kann jetzt das Spiel letztlich zum Schluss gehen und sowas. Was machst denn du hier, Jim? Jim, nicht Tim. Oder? Jim. Jim! Irgendwie, wie kann ich mir das merken? Jim, Jim-Knopf. Äh, man kann irgendwie die Haare da mit dem Knopf, keine Ahnung. Keine Ahnung. Was soll man mit dem Knopf mit den Ahnen machen? Da kann man seine langen Haaren da durch die Löcher von den Knöpfen... Ja, vielleicht so. Ja. Jetzt muss ich mir das vorstellen. Ja, ja, ja. So merkt man sich die Namen, ne? Ja, das war's. Wir haben gewonnen, Leute. Na, wir haben es nur geschafft. Was war da? In zehn Jahren irgendwas. So. Gut. Ja, Schöno, gut. Obwohl, das gab jetzt auch nicht so viel. Nicht so viele Erfahrungspunkte wie ein normales Match eigentlich. Also, vier gegen vier. Gut gemacht. Ihr fühlt euch jetzt sicher auch viel stärker, oder? Können wir jetzt endlich Schuss machen? Willkommen zurück. Hier ist das Ergebnis. Uh. Alle eins. Ja, wie's aussieht schon. Schusskraft verbeschert und sowas. Und was ist das? Ach so, Kerpereinsatz. Alles nur eins. Okay. Ja, besser als... zu den Blitzdingern gehen und dann irgendwas machen. Aber hier können wir nochmal... Okay, speichern können wir jetzt auch. Aber so oft trainieren, wie wir wollen. Ich glaube, ich gehe mit euch jeden einzelnen Ding ab. Also, dann defensiv und sowas. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Keine Ahnung, ob das nötig ist oder sowas. Oder noch mehr Training. Zum Beispiel jetzt da offensiv würde ich dann offscreen machen, wenn ich noch Bock drauf habe. Naja, egal. Also, Leute. Jetzt können wir endlich Schluss machen, weil ihr seht's ja. Speichern. Oh, jetzt speichere ich mit euch, weil das so episch ist. Willst du speichern? Ja. Speichervorgang. Bitte, das System nicht ausschalten und nicht die DS-Karte irgendwas machen. Gut. Die Little Busters haben gut trainiert heute. Das muss man schon sagen. Also, bye. Jetzt machen wir endlich Schluss. Yay.